Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 3.11.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1112. Heute mit den Themen 5G, Poliertuch, Cybertag, EMUI 12, Tesla, Zoom und Satashi. Und zuallererst herzliche Gratulation an den Stefan und die Fabienne zum heutigen Geburtstag. Das erste Thema ist 5G für alle Kunden und das gilt bei Digital Republic. Der Schweizer Provider, ein recht neuer und interessanter Provider, der nämlich keine langfristigen Abos seinen Kunden aufzwingt, sondern monatlich änderbare und kündigbare Angebote, hat alle seine Datenpläne jetzt umgestellt auf 5G. Das finde ich besonders spannend. Bis dahin durfte man für ein 5G-Nutzung einen Aufpreis bezahlen. Das ist ab sofort nicht mehr so. Somit kann man schon ab 4 Franken mit dem kleinsten Paket und dann eben entsprechend mit ein paar Mehrwährungseinheiten nach oben skalieren. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe bei meinem Abo gleich das, ja, die 5G-Datenplan-Dingsbummens. Mein Gott, reden ist manchmal schwierig. Die 5G-Funktion aktiviert. Das müssen alle bestehen, Kunden tun. All diejenigen, die das neu tun, die können das ganz einfach von Anfang an nutzen, ohne dass sie was aktivieren müssen. Für all diejenigen, die es mal ausprobieren möchten, nein, ich habe keinen Promo-Code, aber was ich euch habe, ich habe euch den Hinweis, ihr könnt nämlich das ganze e-30 Tage kostenlos nutzen. Wer also möchte, SIM-Karte oder e-SIM bestellen und das ganze 30 Tage austesten, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. In den Shownotes auf tele.diktok.ca habe ich meinen Testbericht dazu noch verlinkt. Wer also mag, da gerne mit reinlesen. Dann geht es weiter mit dem Apple-Poliertuch. Ja, das Poliertuch. Ich finde es faszinierend, ich finde es genial und ich hätte gerne eins. Leider hat es nicht gereicht mit der Bestellung. Das Ganze wird noch ein bisschen warten dürfen und oder ich muss mal im Apple-Store vorbei. Mal schauen, ob es da noch ein paar welche hat. Auf jeden Fall hat jetzt iFixit das Ganze auseinandergeschraubt, hätte ich fast gesagt. Geschnitten logischerweise. Und was sieht man da? Ja, es sind grundsätzlich zwei Tücher, die zu einem zusammen genäht wurden. Wer also möchte, kann das Ganze auseinandernehmen und hat dann zum halben Preis zwei, äh, zum ganzen Preis zwei halbe Tücher. Zwei ganze Tücher zum... Rechne das selber aus. Oder liest es nach bei dem Link, welchen ich euch in den Shownotes hinterlegt habe. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Tuch, mit dem man halt einfach die Geräte reinigen kann. Und was will man mehr mit so einem Tuch, würde ich doch sagen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Cyberduck, dem FTP-Tool, das ich seit gefühlt Jahrzehnten, also schon sehr lange in diesem Internet nutze, was irgendwann mal aus dem Schweizer Projekt entstanden ist. Ich weiss nicht, ob es immer noch im gleichen Besitzer ist und oder ob sich da mal was geändert hat. Ist aber auf jeden Fall das FTP-Tool meiner Wahl, das ich schon seit vielen Jahren nutze und auch immer noch gerne nutze. Wie gesagt, eine Version 8.0. Es ist nicht so ein grosser Schritt, wie es eine Punkt-Null-Erneuerung normalerweise ist. Es gibt einfach ein paar kleine Detail- und optische Anpassungen. Wer es nutzt, unbedingt updaten. Wer es noch nicht nutzt, kann sich das Ganze ja mal gerne anschauen. Dann gibt es Neuigkeiten von Huawei. Die haben herausgelassen, welche Geräte Emui 12 bekommen. Emui ist die eigene Oberfläche, welche Huawei oben drauf macht. Auf das Android. Und erfreulicherweise sind da einige Geräte mit dabei. Man muss aber wissen, die Ankündigung der Geräte, die per Anfang 2022 rausgekommen sind, gelten für die APAC-Region. Das heisst Asien, Australien und Ozeanien. Das heisst, Europa ist noch nicht dabei. Man weiss aktuell noch nicht, wann das Ganze auch hier aufschlagen wird. Am 11. diesen Monats kommt ein Event von Huawei hier in der Schweiz. Da werde ich mal anfragen und hoffen, dass es da Neuigkeiten dazu gibt. Was ich noch mehr hoffe, ist, dass das nur ein kleiner Übergangsschritt ist und die Geräte dann nächstens auch Harmony OS 2.0 oder vielleicht schon 3.0 bekommen. Welche Geräte sind da mit dabei? Natürlich die neuesten. Mate 40 Pro, P40 Pro, P30 Pro, P20 Pro. Es geht aber runter bis zum Mate 10, Nova 7, Nova 5, Nova 4 etc. Schöne Geschichte, wie ich finde. Dann geht es weiter mit Apple und da gibt es auch einen Chip-Mangel. Bei der Aktienverlesung, beim Quartalsbericht, genau. Da hat man ja schon gesagt, dass auch Apple von der Chip-Krise betroffen ist und somit 6 Milliarden weniger Umsatz hat machen können wegen Chip-Mangel. Nun hat man eine kleine Reisleine gezogen, was die iPad-Produktion betrifft. Man schraubt jetzt die iPad-Produktion ein bisschen zurück und stückt dafür mit den bestehenden Chips, die man aktuell zur Verfügung hat, die iPhones aus. Das soll zumindest in der Wirtschaftszeitung Nikkei Asia betitelt worden sein. Und Apple möchte damit eben das Weihnachtsgeschäft im Bereich der Smartphones, der iPhone, der sehr beliebten iPhone 13-Modelle vorantreiben. Tesla, das hatten wir ja schon mal, möchte ja seine Supercharger öffnen für fremde Autos. Das haben wir mal angekündigt im Mutterformat, dem Geek Talk. Und da meinte der Achim noch, dass das sicherlich noch ein Weichen gehen wird. Was jetzt schon mal spannend ist, man hat schon die ersten Tests gemacht oder macht erste Tests, besser gesagt, in den Niederlanden, in verschiedenen Ortschaften, genauer gesagt an zehn Standorten, Supercharger-Standorten, kann man das Ganze jetzt nutzen. Wie das funktioniert, man braucht die Tesla-App und kann sich dann da Kilowatt-mässig Strom reinputtern oder das Ganze über ein Abo machen. Ich bin da sehr gespannt, was zum einen für Feedback es gibt und zum anderen, wie sich der Preis entwickeln wird. Tesla selber hat gesagt, dass die Preise je nachdem von Ort zu Ort sich unterscheiden können. Und genauso gespannt bin ich natürlich, wie das Ganze funktioniert. Teslas haben bei ihrem Stromzugang ja hinten, wo ist es das, hinten links. Genau bei den V-Autos ist es hinten rechts, bei den Porsche-Modellen vorne. Da ist jeder ein bisschen anders bestückt. Ich bin da mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert auf den ganzen Parkplätzen und wie sich das auf die Nutzung der auswirken wird. Es gibt Neuigkeiten zu Zoom, der Videolösung, um zu kommunizieren, in Unternehmen oder auch Vereinen etc. Die haben jetzt eine neue Geschichte mit eingeführt und testen für Basic-Nutzer, also diejenigen, die nicht bezahlen, Werbung, die da drin ausgestrahlt wird. Wie sich das Ganze gestalten wird, es kommt beim Aufbau etc. Werbung mit rein. Da bin ich mal auf die Feedback und die ersten Rückmeldungen gespannt, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis zu meinem Satoshi Magnetic 2 in 1 Wireless Charging Stand. Super Name wieder mal. Ein Zweifach-Ladegerät für ein iPhone und Wireless-Charging-fähige Kopfhörer. Natürlich im Idealfall die von Apple AirPods. Funktioniert aber auch mit anderen Modellen. Ich bin ja jetzt auch im MagSafe-Universum zu Hause und deshalb gibt es in den nächsten Wochen und Monaten noch den ein oder anderen Zubehör-Tipp in der Richtung, im Blog nachzulesen. Wer mag, gerne auf daily.tiktok.ch im Podcast eures Vertrauens einfach zum Anklicken und dann durchlesen. Da gibt es auch ein kleines Video dazu. So, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Jetzt würde ich doch sagen, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.